Guten Morgen liebe YouTuber, Bauerhausen unterwegs nach Schleimen zum Bauer Jürg. Wir wollen dort noch ein angegangenes Feld, Charlotte Roden. Dort bin ich, ich weiß nicht, war er letzten Montag oder so, mitten im Feld stecken geblieben und er hat mich rausgezogen und wir haben ein anderes Feld gerodet und jetzt kommt eben dieses Feld noch einmal ran, nach einer Woche schönem Wetter kein Problem. Liebe YouTuber, an diesem Feld war ich vor einer Woche auch geschoben und er sind wieder abgesoffen. Jetzt nach einer Woche schön fertig, kein Problem mehr. Läuft nicht schlecht, der Boden ist gut zeitbar. Geht gut. An der gleichen Stelle wie vor einer Woche wieder abgesoffen. Es ist da noch zu nass. Ja, da ist eine Nässe im Boden. Kommt schon personal. Le Adaptische Beine fressen dieOULDER Menschen gefordert, die Medfsingen waren centers Petrus Da Sie Ich brauche die Nässe durch. Es läuft wieder rund. Ich habe hier die höchste Legatilfläche in der Geschichte, aber ich kann es nicht nur auf der PES-Modelle. Ja, da ist es natürlich enorm wichtig für das Image und das gehe ich auch um den Gesamten. Oh, ich kann es nur auf der Gleinste und das stecken. Oh, jetzt war es mal hier. Ich habe hier die Furche, wenn wir hier stecken. Ich habe hier die Furche. Ich habe hier die Furche. Ich habe hier die Furche. Ich habe hier die Kartoffeln heute Abend. Dann habe ich dann noch 50 garen. Viktoria. Für am Mittwoch. Dann bin ich mit dem Bauernhause auch fertig mit der Kartoffeln. und ich bin mit dem Bauernhause. Ja, ich bin mit dem Bauer Kregel. Ich bin mit dem Bauernhause. Ich habe hier die Vorgang fertig getroffen. Viktoria auf meinem Feld noch in Angriff Mittwoch. Und wie immer am Abend muss ich da Stunden ablesen, Traktorenstunden, WM-Stunden, WM-Fläche muss da notiert werden.